Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe es geht euch allen gut. Ich bin TomTom von TomTomTV und heute gibt es wieder mal ein neues Video. Es gab jetzt längere Zeit keine Videos mehr. Ich hoffe ihr seid mir nicht böse, aber es lag einfach daran, dass ich mit der Schule irrsinnig viel zu tun hatte. Wir sind auch nebenbei noch umgezogen, das heißt ich hatte wirklich gar keine Zeit Videos zu machen. Aber darum bin ich ja genau heute hier, weil der größte Teil ist schon geschafft und heute gibt es einen kleinen Vlog, ein kleines Blöckchen. Der Plan vom heutigen Video ist der, dass ich in die Stadt fahre. Ich treffe mich dort mit ein paar Freunden und nehme mich einfach mit zu meinem heutigen Tag. Und ja, let's go! Unser Plan ist jetzt der, dass wir noch ins 25-Hour-Hotel fahren. Das ist ein Hotel in Wien und das hat eine gute, coole Skyline-Übersicht über Wien und das eben dort oben ein paar Fotos machen, einen kleinen Drink drinken und ja, einfach Spaß haben. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, aber dass du hinten sogar ein und es ist schon das 25-Hour-Hotel, wo wir jetzt hingehen und wir haben ein bisschen Zeitstress, weil es geht nämlich schon die Sonne runter und wir würden gerne auf dem Sonnenuntergang nach oben filmen, aber mal schauen, ob es sich ausgeht. Ich hoffe, es geht sich noch aus, dass wir beim Sonnenuntergang nicht alles sehen, aber mal schauen. Okay, wir haben es geschafft, wir sind jetzt mitten oben auf diesem A-Ausblick und es sieht einfach extrem schön aus der Hintergrund. Ich kann nur sagen, wow! So, ich weiß nicht, ob ihr diesen coolen Hintergrund sehen könnt, aber da hängen einfach ganz viele Kameras an der Wand und wir sind gerade vom Hotel rausgegangen und die stehen einfach hier. Wir haben gleich ein paar Instagram-Fotos gemacht und es sieht wirklich sehr cool aus. Also, ich meine, schau dich das mal kurz an. Wow! What? Einfach überall alte Polaroid-Kameras. Ich glaube, was cooleres gibt es eigentlich gar nicht als Fotografen, wenn man so eine Wand findet mit nur Kameras. Vielleicht können wir noch ein bisschen Fußball im Park machen, noch ein paar Fotos und dann neigt sich der Vlog schon gegen Ende. Wer gewinnt, Sani? Wir machen uns jetzt auf den Heimweg. So, ich bin jetzt schon wieder zu Hause, es ist schon mittlerweile sehr spät. Wir haben ziemlich viele Fotos gemacht und der Tag war irrsinnig cool. Und ich mache mich jetzt noch ans Foto bearbeiten. Wenn ihr die ganzen Fotos sehen wollt, wenn sie gepostet werden, dann schaut es unbedingt auf meinem Instagram-Account vorbei, dass ihr gar nichts verpasst. Da werde ich immer den aktuellen Content hochladen. Und die besten, keine Ahnung, 5-6 Fotos haue ich euch jetzt rein. Ich muss schon sagen, die Fotos sind uns echt gut gelungen. Vielen Dank an meine ganzen Freunde. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal oder schaut euch hier oder hier das neueste Video an. Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Peace, peace, bald. Euer TomTom von TomTomTV. Nein, okay. Das war gut. Das war gut. Outro. Das war gut.